Das sieht ganz tief aus, ne? Geht ja. Den zweiten Haken müssen wir nicht bestellen. Ist das dein Harter? Thomas? Vielleicht sonst den zweiten bestellen? Ja, wir gucken mal, ne? So, wir haben ein bisschen unten. Ich kann ja nun keiner sein, dass wir hier nicht mehr. Ich habe ihn noch etwas gelegt. Geh mal dahin, wo Robert ist und setze ich auf die Kiste. Sobald du kannst mir mal einen Gefallen tun, kannst du mir mal in den Harnes gehen bitte. Bauchgurt meinst du? In den Harnes. Was immer die Kiste. Das war's für heute. Das kann doch ganz groß sein, oder? Geht, oder? Ja, der andere Haken hält das schon. Ein sol aus dem Lern geholt. Ein sol aus dem Lernblumen. Der Lernblumen. Und der Lernblumen. Warte ich mal bereit, Robert. Das ist natürlich ziemlich zentral. Ich muss mich jetzt mal hier drücken, oder? Die Geister sitzen jetzt, ne? Ja, okay. Ja, aber Thomas, das sieht echt gut aus, was du da machst. Ja. Er kommt. Der ist ab. Gutes Ding. Der ist ab. 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 Die Kelle haben wieder zugeschlagen, würde ich mal sagen. Die Flucht war aber nicht schlecht. Ja, ja. Geiler Fall da. Geiler Fall. Geiler Fall. Oh my god!